Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge The Book of Unwritten Tales 2. Ich habe noch mal ein bisschen nachgeforscht und bin ein paar Mal das Spiel durchgegangen. Und ja, jetzt müssten wir die Mumie gleich haben. Das war also... Na los, du musst eine Kugel nehmen. Aber das hieße ja, ich hätte verloren. Das hieße es wohl. Aber ich verliere nie. Das wäre auch besser. Was würde dein Volk sagen, wenn der gottgleiche Pharao gegen einen Sterblichen verlieren würde? Das darf es nie erfahren. Du könntest mich mit etwas bestechen. Ja, oder ich könnte dich von meinem Kohlen zerquetschen lassen. Eine Bestechung? Hervorragende Idee. Ja, ich weiß. Ist mir einfach so eingefallen. Was willst du haben? Das Buch der Toten? Es gehört dir. Dafür verrätst du niemandem, dass ich die Tempeldienerin beim Obziehen beobachtet habe. Okay. Gut. Dann nehmen wir uns mal das Buch. Das Buch der Toten. Was jetzt? Fehlt nur noch der Kompass. Auf zum roten Piraten. Was könnte ich, Wurm, den Gottkönig der Wüste schon... Gut, dann würde ich sagen, dass es dahin geht. Vielleicht müssen wir uns hier verkleiden. Schaut toll aus. Nate, du bist zu hübsch. Tatsache. Oh nein, jetzt bin ich Vieh, oder? Plötzlich ist das Vieh wieder hier. Wunderbar. Achso, nein, ich darf nicht drunter, oder? Nate meint, dass es... Die Jungs kommen schon. Bla, bla, bla. Ich habe doch jetzt Nate extra verkleidet. Was habe ich denn in der Tasche? Kann das Urtakel mir vielleicht helfen, wenn ich hübsch bin? Ich habe keine Ahnung. Ähm... Nee. Wir gehen mal zu drück. Ich gehe noch mal kurz aufs Schiff. Okay, du kommst da nicht durch. Dann gehen wir halt so lang. Okay, jetzt sind wir hier alle versammelt. Ich habe Zeug. Was hat das Vieh so? Oh, das Vieh hat noch den Zeitmanipulator. Komm, gib mal wieder. Gib mal wieder. Danke. Und Sicherheitshalber bekommst du auch das. Danke. Und das. Danke. Und Ivo müsste ja eh nichts haben. Ach komm. Nate? Alter, dann halt so. Der Nate. Wenn ich jetzt hier sage. Wenn ich jetzt hier sage. Die Kleine hat nicht nur ein... Nein. Ja. Suchst du den hier? Oh. Ah. Ah. Das würde ich mir überlegen. Denk mal nach. Wie habe ich den Schlüssel bekommen? Na? Mit Magie. Schau dir an, was Magie alles bewirkt hat. Willst du in ein rosa Tütü gesteckt werden und mit Chantal spielen? Oh. Lauf. Ich gebe dir zehn Sekunden Vorsprung. Oh. Ah. Gut. So leicht geht das. Okay. Ich dachte vielleicht damit die Tür aufsperren. Keine Ahnung. Da bin ich wieder. Keine Bewegung. Wie bist du an dem Affen vorbeigekommen? Mit meiner Sexiness. Vielleicht hat die unsichtbare Macht mir geholfen. Das nimmst du zurück. Ganz ruhig. Ich will keinen Ärger. Und du hast immer noch den Kopf. Ich wollte nur mit meinen alten Freunden abhängen. Richtig, Kumpels? Gut. Gut. Sie... Sie sind alles, was mir geblieben ist. Okay. Wie komme ich jetzt... An den blöden... Aber er ist so ein bisschen weggepinnt, oder? Besser nicht. Der roten... Oh, schade. Komm schon. Wenn ich den Kompass stehle, habe ich den roten und seine Viecher am Hals. Besser ergibt ihn mir freiwillig. Und wenn ich... Ich meine, ich habe jetzt schon diesen nicen Manipulator. Oh, nein, 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 nein. Wenn ich den besser ergte. Ich glaube, es... Besser nicht. Okay, nochmal. Jetzt Statue verdrücken. Hat... Hat William sich gerade bewegt? Hm? Weiß nicht. Hat er? Naja, warum sollte er nicht? Freunde, lebendige Freunde, bewegen sich, nicht wahr? Ja, und wenn ich das jetzt nochmal mache? Er hat sich bewegt. Wie er hat sich bewegt? William. Er will mir etwas sagen. Was stimmt? Du meinst, die steinerne Statue will dir etwas sagen? Hm. Das könnte böse für dich ausgehen. Böse? Naja, du hast ihn verwandelt, oder? Vielleicht gefällt ihm und den anderen das nicht. Und wie willst du dich dagegen wehren? Sie sind schon aus Stahl. Oh. Ich, äh... Ich lasse sie nicht aus den Augen. Nicht blinzeln. Okay. Muss das nochmal sein? Zeit, etwas Spaß zu haben. Verdrückt. Was? Nein. Was? Was wollt ihr von mir? Voll leck. Äh. Sie wollen, dass du mir den Kompass gibst, den du mir versprochen hast. Ich habe dir nicht mein Piraten Ehrenwort gegeben. Willst du das vielleicht mit den Statuen ausdiskutieren? Ich? Nein. Nimm den verfluchten Kompass. Ihr seid doch alle verrückt hier. Irgendwie tut er mir ein bisschen leid. Ja, nur ein bisschen. Es hat besser funktioniert, als ich zu hoffen gebracht hätte. Ja. Schnapp dir mal den Kompass. Der Geisterkompass. Damit haben wir das Buch der Toten, den Kompass und den Lebenspunkten. Alles, was wir brauchen, um Alistair zurückzuholen. Auf zum Orakel. Auf zum Orakel. Woo. Ja, dann bin ich mal gespannt. Gulasam eret barium excetric. Gut. Jetzt noch der Lebensfunke. Äh. Ja. Es hat nicht geklappt. Was ist geschehen? Erzmagier Alistair? Warum bin ich ein Frosch? Ja, warum ist er noch ein Frosch? Wir haben seinen Geist zurück in diese Welt geholt. Die Rückverwandlung in einen Menschen war nie Teil der Abmachung. Aber es gibt einen einfachen Weg, einen verzauberten Frosch zurück in einen Menschen zu verhandeln. Küssen, küssen. Er muss lediglich von einer jungfräulichen Prinzessin geküsst werden. Nur, wo sollen wir so eine finden? Na, küssen. Aber, ich verstehe nicht. Warum ist Ivo schwanger? Das Artefakt. Hä? Ivo trug lange das Artefakt des Schicksals, das jeden Wunsch erfüllen kann. Wenn man sich in der Nähe eines so mächtigen magischen Gegenstands befindet, kann die Magie abfärben. Sie wirkt nach. Selbst wenn man den Gegenstand nicht mehr hat. Aber ich habe mir kein Kind gewünscht. Ich spreche nicht von dir. Also, naja, ich... Oh, Nathan. Du hast mir das angetan? Du hast dir gewünscht, mit mir eine Familie zu kommen? Ja. Das, ja, aber ich wusste ja nicht... Ja. Oh, ja, endlich sind sie wieder vereint. Hat jetzt auch lang genug gedauert, ganz ehrlich. Oh, voll schön. Guten Glückwunsch, ihr beiden. Ja. Wir werden bald eine richtige Familie sein. Und wir mussten dafür nicht einmal Sex haben. Ja. Ja, super. Aber nun erzählst du, was ist geschehen? Äh, am wichtigsten. Nate und mein Kind. Wird es tatsächlich Nates und meins sein? Es wird nicht irgendwie Hörner haben oder so, nur weil es magisch gezeugt wurde, oder? Es wird euer Kind sein. Seine Geburt und sein Leben werden genauso magisch sein, wie bei jedem anderen Kind. Okay, das klingt doch schön. Sie wurden in einen Frosch verwandelt, von der kleinen Van Buren. Da war ein Golem. Und Munkus, der Hexenmeister. Er hat Wilbur ausgetrickst. Aber sie hatten den Golem in Sekunden zerlegt und auch Munkus wäre kein Problem für sie gewesen. Aber dann war da eine ungeheure magische Energie. Ich war unvorbereitet und ich konnte ihr nicht widerstehen. Das war die Kleine. Sie hat Wilburs Zauberstab in die Hand bekommen. Und weil sie eine Nachfahrin des Hexenmeisters ist, der den Stab gemacht hat... Wilburs Zauberstab ist der Stab von... Mögen uns die Götter beistehen. Die Kleine hat Halbseefels verwandelt. Und hier war sie auch schon. Ich hatte schon mit Magiern zu tun, aber was die abzieht ist... Wow. Wo sind Wilbur und Remi? Oh nein. Aber Remi ist hier nicht tot. Wir wissen das. Es tut mir so leid, Erzmagier. Aber Remi ist tot. Er wurde von einem Geist getötet. Er ist... Er ist... Nein! Ich spüre ihn noch. Er ist in Wilburs Armen gestorben. Im Tempel, in dem er vor Jahren Wilburs Zauberstab gefunden hat. Was für ein Tempel? Genau weiß ich es nicht. Wilbur meinte, er sei irgendeiner bösen Gottheit geweiht. Den Namenlosen hat er ihn genannt. Oh, das ist dann wohl nicht so gut. Einige Hexenmeister haben dort Rituale abgehalten und eine Maschine gebaut. Der Zauberstab. Er ist von den Van Burens über Remi zu Wilbur und dann zum Van Buren Mädchen gewandert. Ich hätte ihn genau untersuchen müssen. Ja, das wäre wohl besser gewesen. Wilbur sucht im Düsterwald ein Buch, in dem steht, wie man Van Burens Zauberstab zerstören kann. Genau wie Remi es ihm aufgetragen hat. Das war nicht Remi. Und in dem Buch steht auch nicht, wie man den Zauberstab zerstören kann. Beide Brüder haben zusammengearbeitet um... Wir müssen Munkus um jeden Preis aufhalten. Was er vorhat, ist Wahnsinn. Munkus? Sind die Van Burens nicht das eigentliche Problem? Sie verwandeln Stück für Stück unsere Welt. Eine Welt, die es vielleicht nicht mehr geben wird, wenn Munkus das Buch aus dem Düsterwald in die Finger bekommt. Schnell! Gebt mir meinen Zauberstab. Das ist... Also... Naja... Ihr... habt ihn nicht mitgebracht, oder? Er... müsste noch in Seefeld sein. Wir müssen ihn holen, sofort. Ohne ihn kann ich meine magischen Kräfte nicht richtig kanalisieren und... Ich fühle mich so schwach wie noch nie zuvor. Ich werde der Mary Dampf machen. Los geht's! Oh Mann. Ich finde es schade, dass es ihm gerade so schlecht geht. Aber endlich sind sie verlobt. Endlich haben sie zusammengefunden. Ich bin rotter. Ich bin rotter. Hi, Fee. Wir haben den Erzmagier zurückverwandelt. Und du wirst es nicht glauben, aber Ivo und ich... Du hast mich reingelegt. Wo ist die Elfe? Hey, hey, hey. Vorsichtig mit dem Ding. Was ist hier los? Alistair! Dieses Mal gibt es keinen Weg zurück. Ivo! Wir können ihn bestimmt retten. Ich glaube, das ist gut. 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 Meine Macht. Chantal, wenn wir den Zauberstab nicht zerstören, werden schreckliche Dinge passieren. Hör nicht auf ihn. Es ist meiner und es mache keine schrecklichen Dinge. So ist's brav, mein Wonneprotten. Wonneprotten passt halt wirklich irgendwie voll zu ihr. Legen Sie den Kopf weg. Er ist gefährlich. Es gibt kein bekanntes Mittel gegen die Versteinerung. Deswegen wird es auch niemand wagen, meinen Herrschaftsanspruch in Frage zu stellen. Der mächtigste Zauberstab der Welt und ein Kopf, der jedes Wesen aus Fleisch und Blut zu Stein verwandeln kann. Wir halten die beiden ultimativen Waffen-Aventasiens in Händen. Niemand wird uns aufhalten können. Sie haben recht. Ich kann euch nicht gehen lassen. Ha! Wir wollen Sie uns aufhalten. Okay. Shit. Shit. Cheese! sie haben nicht gewonnen ich werde mächtiger als sie es sich auch nur entfernt vorstellen was ist los mit alles denn wenn es sich so zugetragen hätte dann wäre ich ja nein was glaubst du was das hier für ein ort ist jetzt ergibt das auch irgendwo sind und nein aber wir können ihn bestimmt zurückverwandeln irgendwie du kannst ihm jetzt nicht helfen aber wir können ihn doch nicht zurücklassen wir müssen nun davon abhalten im tempel des namenlosen ein tor zu dessen kerker dimension zu öffnen mir ist dieser namenlose doch völlig egal ich muss meinen mann retten doch gibt es aber wenn der zauberstab das tut wofür erschaffen wurde wäre es das ende aller hoffnung für mich für dich für euer kind wenn du ihn retten willst musst du nach seefels was ist zu tun ich wollte von juan nur angst machen ich bin nicht mehr mächtig ich bin viel mehr tot es kostet mein letztes bisschen kraft hier in der welt der lebenden zu verweilen werde ich sie verlassen müssen deswegen ist es an dir dem vieh wilbur und euren gefährten munkos aufzuhalten er darf die maschine im tempel nicht benutzen wir werden ihn aufhalten seid vorsichtig er ist clever er ist mächtig und zu allem bereit ich werde versuchen wilbur im düsterwald zu warnen er wurde reingelegt und spielt den feind in die karten ohne es zu wissen mir bleibt nicht viel zeit lebt wohl aber was soll ich tun wenn ich komme wieder so schnell ich kann und wir werden wieder zusammen sein aber im moment liegt unser aller hoffnung in seefels und bei wilbur im düsterwald oh man das ist voll strautig mit alistair so ungefähr so wie er es stummel durchgestorben ist gefühlt bist du sicher wilbur ja irgendjemand im dorf wird wissen wo der alte van buren gelebt hat und vielleicht auch wo wir das buch finden können nein wenn deine füße so wehtun wie meine möchte ich dir das nicht antun ich bin nicht lange weg passt ihr bitte auf temi auf keine sorge er schläft wenn du wiederkommst warten heiße würstchen auf dich kannst kaum erwarten nein wilbur tu es nicht wie ausgestorben so bevor wir hier weitermachen werde ich auf jeden fall eine aufnahmepause machen weil ich habe heute ziemlich lange aufgenommen wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder bis dann tschüss